Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier ist euer Tastenhauer in Expeditions Viking und nun, ja, nun können wir endlich nach draußen treten aus dem Langhaus und uns daran machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir wollen eine Expedition vorbereiten, dafür brauchen wir erstmal ein großes Langschiff, das wir bei Thorfinn in Auftrag geben sollen. Wir müssen neue Leute rekrutieren, uh, die Hexenschülerin spricht dich vor deinem langen Langhaus an. Roskva ist wieder da, ich habe gehört, du gehst fort, ich möchte mitkommen. Grundsätzlich, cool, aber warum willst du uns denn begleiten? Sie kratzt sich am Handgelenk. Brauche ich dafür einen Grund? Hm, eigentlich nicht, aber falls du einen hast, würde ich ihn gerne erfahren. Ich muss einfach mal raus, weißt du? Okay. Ich verdanke Hulda viel, aber sie hat mir bereits alles beigebracht, was sie weiß. Aber das reicht mir noch nicht. Ich möchte in die große, weite Welt hinaus. Na gut, aber ich sage dir schon mal jetzt, die Reise wird gefährlich, du wirst deinen Teil leisten müssen. Nun, meinst du nicht, dass unter Umständen die Möglichkeit besteht, dass sich der ein oder andere vielleicht die ein oder andere Verletzung zuzieht auf dieser gefährlichen Reise? Kräuter sind nicht nur dazu da, Leuten zu schaden, weißt du? Also hat Hulda dich zur Heilerin ausgebildet? Das ist doch selbstverständlich. Das ist, was Hexen tun. Ist dir das nicht klar? Ja, sicher. Dann bin ich natürlich froh, dich dabei zu haben. Klasse. Sie lächelt und diesmal ist es ein ehrliches Lächeln. Mit Zähnen und so. Danke. Ich werde jemanden finden, der sich so lange um Hulda kümmert. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Die können wir natürlich jetzt nicht alleine lassen. Aslifs offensichtliches Missfallen äußert sich in einem verärgerten Knurren. Du erlaubst der Giftmischerin, sich uns anzuschließen? Hey, sollen wir ihm gegenüber mal mit offenen Karten spielen? Oder? Nein, ich glaube, wir bleiben jetzt mal auf der Autoritätsroute. Ja, und ich höre keinen Einspruch dagegen. Er wirft der jungen Hexe einen finsteren Blick zu. Wegen ihrer Lügen musste ich eine ganze Nacht frierend auf dem Abort verbringen. Roskva senkt den Blick. Ihre Stimme wird kleinlaut. Und, weißt du, ich hätte dir auch was wesentlich Schlimmeres verpassen können. Der Krieger starrt sie Wutentbrannt an. Okay, Roskva hat sich uns jetzt auch noch angeschlossen. Sehr schön. Und ich glaube, wir werden jetzt auch... Okay, Tilwe ist hier übrigens. Dreckigen Ungeheuer. Ja, in der Tat. Wir werden jetzt mal mit Gunnar sprechen und ihn auf jeden Fall schon mal für uns rekrutieren, wenn es möglich ist. Gunnar ist noch dort, wo du ihn verlassen hast. Eine Sau schnüffelt neugierig an seiner Hose. Schön, dich wiederzusehen. Weißt du schon, was du mit mir vorhast? Ja, dann geben wir natürlich die erste Option. Ich mache dir ein Angebot. Ich möchte, dass du Teil meines Gefolges wirst. Ich nehme an. Das hätte ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Ha! Wie könnte ich solch ein Angebot ablehnen? Du hast erstaunlichen Heldenmut an den Tag gelegt, als du meine Männer geschlagen hast. Ich würde liebend gerne an deiner Seite kämpfen. Das klingt doch mal ehrlich und ohne Hintergedanken. Hoffen wir, dass es auch wirklich so ist. Kettil durchtrennt Gunnars Fesseln. Wir werden eine Bleibe für dich finden. Aber jetzt befreien wir dich erstmal aus diesem Schweinestall. Der Ulf wird ihnen bald die Fäuste, um die Durchblutung wiederherzustellen. Dann reicht er dir die riesige Hand, um die Abmachung zu besiegeln. Ich schwöre bei Odin, dir überall hin zu folgen und mein Leben für dich einzusetzen. Klasse. Er hat sich unserem Gefolge angeschlossen. Der Ruf bei unserem Clan hat sich dadurch aber auch gesenkt. Wir sind jetzt nur noch geliebt. Das gucke ich mir mal an. Das ist interessant. Das hat also wirklich dann auch Auswirkungen. Wo war denn das? Hier? Hier? Ja. Wir waren eigentlich schon bei 80. Jetzt sind wir bei 75. Aber ich denke, das müssen wir in Kauf nehmen, weil wir brauchen jede Verstärkung auf unserer Reise, die wir kriegen können. Ja, wir sehen auch hier, dass der gute Gunnar hier unterwegs ist mit einer Bart-Axt und einer Werke-Axt und dann noch eine Dänen-Axt. Als zweite Variante dabei hat, die schlechter ist als die Hacke, glaube ich. Also die Hacke ist schlechter als diese Axt natürlich. Ja, definitiv. Ansonsten ist das alles, was wir bei ihm erstmal sehen können. Dann haben wir hier Roskva. Sie besitzt einen moralerhöhenden Talisman. Das ist auf jeden Fall cool. Sie hat eine Hanf-Schleuder dabei mit 5 bis 8 Schaden. Auch ein Kurzzachs. Und sie ist natürlich eine Heilerin. Das haben wir vorhin schon gehört. Dementsprechend können wir mal gucken. Ihre Heilfertigkeit ist bei 2 von 5. Die ist übrigens im Kampf nachher ganz, ganz wichtig hier, dass wir dort immer wieder mal Trefferpunkte auch zwischendurch heilen können bei unseren Charakteren. Mit ihr müssen wir ganz besonders vorsichtig umgehen. Sie wäre, glaube ich, auch eine Kandidatin für unauffällig, dass die Feinde sie mit weniger Wahrscheinlichkeit angreifen. Aber, ach, das hat sie schon. Ach, das hat sie schon. Guckt mal, sie hat entgehen. Sie ist also gegen Fernkämpfe etwas besser geschützt. Und sie ist unauffällig. Perfekt. Was hat er denn hier? Er hat blutdürstig nach jeder Tötung eine Runde lang plus 10% Schaden. Klingt auch sehr gut. Ja, da werde ich nochmal gucken, was wir da alles einteilen können. Der hat aber auch nicht viele Punkte. 9 Punkte, 5 Punkte. Das ist alles nicht, wer weiß, wie viel. 2 von 5 Messer. Dann Schleuder hat sie nicht genug Punkte für. Dann sparen wir darauf mal etwas. Er hat 2 Punkte bei Axt, einen Punkt bei Dänen Axt. Das ist auch erstmal okay. Und er hat schon Sturmangriff. Die ist auf jeden Fall für so einen Berserker wichtig. Das hatte ich auch schon nachrecherchiert. Denn durch jedes Heckfeld, das er sich durchbewegt, sammelt er plus 5 Schaden an, bevor er das Ziel angreift. Also wenn er quasi im Sturmangriff auf das Ziel losgeht, dann sind seine Schläge besonders brutal. Okay. Gut, schauen wir mal. Hat Quelldorf hier noch was zu erzählen? Ne. Ich werde jetzt mal gucken, wo war denn nochmal, äh, wo war denn nochmal hier Nefjas Kettelsheim? Hier ist die Grabstätte. Der Übungsring Eideshof ist hier unten. Die wollten wir ja auch nochmal ansprechen. Und hier ist die Hexenhütte. Torfin, da unten steht er. Und Sigrid, können wir auch noch mitsprechen. Dann sprechen wir erstmal mit Sigrid hier. Heil Oxel, was kann ich für dich tun? Ach, das ist ja unsere Jägerin hier im Dorf, genau. Ich könnte sie als Jägerin auch hier mitnehmen. Hm, wie läuft es zur Zeit mit der Jagd? Wegen der Wölfe ist Hochwild seltener geworden. Aber es wimmelt nur so von Moorhühnern diese Saison. Ich kann nicht klagen. Im Frühjahr wird es dann schwierig werden, wenn Kettel mit dir fortgeht. Da heißt es, da heißt es doppelt zupacken für Ljott und mich. Tja, kann ich irgendwas für euch tun, um euch die Arbeit zu erleichtern? Hm, hast du schon mit deinem Onkel wegen der Wölfe gesprochen? Ich glaube, er wollte etwas gegen sie unternehmen. Ah, sehr gut. Wenn die Wölfe weg wären und das Hochwild zurückkäme, wäre das Leben leichter für uns. So, dann können wir ihr noch sagen, ich denke darüber nach, Bauarbeiten in Auftrag zu geben. Oder dass sie mich auf der Expedition begleitet. Aber ich denke, wir nehmen Kettel mit, oder? Oder? Ich weiß nicht, ich denke da schon drüber nach, ob sie vielleicht sogar besser als Kettel ist. Fragen wir sie doch mal. Sigrid tritt nervös von einem Bein aufs andere. Würdest du es tun? Sigurd, dein Angebot ehrt mich, aber ich werde nicht denselben Fehler begehen wie meine Mutter. Sie dachte, sie könnte Schildmeid und Mutter zugleich sein, aber damit war sie leider im Irrtum. Als Frau muss man sich entscheiden. Äh, hat man sich zu entscheiden. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Das bleibt bitte unter uns. Aber J und ich wünschen uns ein Kind. Und das schon seit einer ganzen Weile. Ich bleibe zu Hause und gründe eine Familie. Ach, das ist doch auch schön. Dann akzeptiere ich natürlich ihre Entscheidung, ganz klar. Ja, und ich denke auch darüber nach, noch weitere Bauarbeiten in Auftrag zu geben. Das ist eine gute Idee. Offenbar haben wir viel zu lange die Hände in den Schoß gelegt. Wenn jemand wie Skule glaubt, er kann uns mit lächerlichen Überraschungsangriffen fertig machen. Ich denke, wir sollten uns langsam mal überlegen, was wir mit dem Platz vor dem Langhaus anstellen wollen. Liot und ich hätten gerne einen ordentlichen Marktplatz in der Nähe, um dort unsere Pelze und unser Fleisch zu verkaufen. Andererseits hat sich der Platz mit der Zeit als Versammlungsplatz etabliert. Vielleicht könnten wir einen eigenen Landsmot aufziehen. Das würde sicherlich einen guten Eindruck auf die umliegenden Familien machen. Hm, mit wem kann ich denn sonst noch reden, wenn es darum geht, das Dorf zu verbessern? Thorfinn ist da der beste Ansprechpartner, würde ich sagen. Er hat bestimmt ein paar Ideen. Außerdem solltest du Hulda um Rat bitten. Aus dem alten Sumpfloch ließe sich doch bestimmt was machen. Na gut, wenn sich etwas ergibt, lasse ich es dich wissen. Okay, schauen, ob wir was zu den Wölfen wirklich machen können. Hier unten ist erstmal Thorfinn. Mit dem müssen wir ja sowieso noch sprechen. Thorfinn ist in seiner Werkstatt und bringt den Dorfjungen den richtigen Umgang mit der Deichsel bei. Sie scheinen an einem Ruder zu arbeiten. Als du die Werkstatt betrittst, hebt er die Hand zum Gruße. Gute Arbeit, Kleiner. Mach genauso weiter, bis diese Seite fertig ist. Ich muss mit dem Tarnen sprechen, aber ich komme gleich zurück. Er richtet sich auf und schüttelt dir mit einem breiten Grinsen die Hand. Ich glaube, ich muss mich bei dir und deinen Freunden dafür bedanken, dass ihr den Schmuck meiner Frau zurückgebracht habt. Wie kann ich mich euch als dankbar erweisen? Hm, woran arbeitest du gerade? Ach, ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Dinge, die bei dem Überfall kaputt gegangen sind, zu reparieren und zu ersetzen, was gestohlen wurde. Jetzt gerade bringe ich dem kleinen Megan Björn bei, wie er ein neues Ruder für seinen Vater herstellen kann. Seines ist nämlich im Kampf mit einem Räuber zerbrochen. Ha! Hm, haben wir große Schäden erlitten? Ei, sieht so aus, als ob diese Bastarde es geschafft haben, viele Brände zu legen und viele Türen einzutreten. Quelldorf arbeitet schon an den Ersatzschlössern und sobald er damit fertig ist, muss ich neue Türen einbauen. Du bist doch bestimmt nicht nur gekommen, um zu fragen, wie es mit den Reparaturen vorangeht, oder? Ja, definitiv. Ich begebe mich auf eine Expedition und ich brauche ein neues Langschiff. Er klatscht in die Hände und strahlt dich an. Oho, mein Lieber, auf diesen Auftrag warte ich schon, seit das Schiff deines Vaters mit ihm ins Jenseits gefahren ist. Mein Meister hat das Schiff gebaut, als ich noch ein kleiner Junge war. Es war schon immer mein Traum, selbst so einen Auftrag zu bekommen. Es war ein prächtiges Schiff damals, so schnell und robust, aber ich denke, ich kann mich an seinen Bauplänen orientieren und meinen alten Meister sogar noch übertrumpfen. Hm, welcher Art Schiff? Welcher Art Schiff wirst du denn bauen? Es wird eine Snackjahr, wie dein Vater eine hatte. Ein schmales Kriegsschiff mit Flachkiel. Darauf setze ich zwei Dutzend Ruderbänke, damit nicht nur dein Gefolge, sondern zusätzlich auch ein paar Sklaven Platz haben. Ich könnte jetzt sagen, ich bin kein Pirat, ich möchte ein Handelsschiff, aber so richtig ins Handeln einsteigen, nicht, dass wir nachher wieder bei unseren anderen Kollegen hier in Verruf geraten. Ich frage einfach mal direkt, was brauchst du? Gut, Holz. Okay, welche Holzarten kommen denn in Frage? Der Schreiner streicht sich den Bart. Mal sehen, Eiche ist der Standard, schweres, langlebiges Holz für eindrucksvolle Schiffe. Ulme ist etwas leichter und biegsamer, gut geeignet für etwas breitere Schiffe, die viel Fracht transportieren sollen. Vielleicht wäre auch Fichte keine schlechte Wahl. Schiffe aus diesem leichten Holz sind besonders schnell. Ich werde unterschiedliche Hölzer für die einzelnen Schiffsteile verwenden, damit jedes Teil aus dem optimal dafür geeigneten Holz besteht. Das verwendete Hauptmaterial hat jedoch großen Einfluss auf die Eigenschaften des fertigen Schiffs. Hm, sonst noch etwas? Wir müssen Segel nähen lassen. Ich werde Dackeit und ihre Töchter fragen, was sie für uns tun können. Ich brauche neues Werkzeug. Das Werkzeug meines Meisters ist abgenutzt und längst nicht mehr zeitgemäß. Torfin scheint inzwischen mit dem Gedanken woanders zu sein. Ihr Gatte Quellduff wird mir bestimmt gerne dabei behilflich sein. Ich muss ein Steuerruder herstellen, einen Anker. Er bemerkt einen besorgten Blick hinsichtlich der immer länger werdenden Liste an Aufgaben. Oh, das ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Ich kümmere mich schon um alles. Ja, ich würde sagen, ja, bei den Nachbarn Eindruck schinden, das ist auch lieb und nett. Aber ja, ich glaube, das klingt erstmal alles ganz gut. Ich bin schon gespannt darauf, euer Können zu erleben. Wir treffen uns im Wald am Haus deines Onkels. Wenn du Zeit hast, dann wählen wir das Holz aus und fangen an. Alles klar. Wir haben also hier den Skiernwald aufgedeckt. Und Sigrid kommt schnellen Schrittes auf dich zu und bleibt dann abrupt mit respektvollem Abstand zu dir stehen. Sigurd, ich habe etwas gefunden, um das du dich vielleicht kümmern solltest. Was ist los? Da sie fast jeden Tag auf dem Land unterwegs ist, weiß Sigrid vielleicht besser als jeder andere, was in deinen Ländereien vor sich geht. Im Wald hat eine Reisegruppe ihr Lager aufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob sie bewaffnet sind, deshalb habe ich mich erstmal zurückgezogen. Hm, wie viele sind es denn? Im Lager zählte ich vier, aber für nur vier Personen schienen sie zu viel Gepäck dabei zu haben. Ich schätze, sie sind zu sechst oder zu siebt. Welche Farben tragen sie denn? Alle möglichen Farben. Nichts, was sie als Kampfeinheit identifiziert. Ja, sollten wir uns jetzt gleich darum kümmern oder später? Ich würde sagen, ja doch, das machen wir jetzt mal als erstes. Wir kümmern, wir sollten uns gleich darum kümmern. Jetzt, sofort. Sigrid atmet aus, als hätte sie für längere Zeit die Luft angehalten und die Kälte formt ihren Atem zu einer zarten Wolke zwischen euch. Ljot und ich werden sie im Auge behalten, bis du kommst. Sigrid überprüft das Messer an ihrem Gürtel, dreht sich auf der Stelle um und geht in den Wald zurück. Okay, ungeladene Gäste haben wir jetzt auch noch. Jetzt haben wir natürlich eine Menge, Menge Quests hier inzwischen. Und für das Langschiff müssen wir auf jeden Fall drei unterschiedliche Baumarten im Skiernwald finden. Oder alle brauchbaren Baumarten können wir sogar, wenn wir alle sechs finden, auch abschließen. Okay, ungeladene Gäste finde das Waldlager und entscheide, was mit der Reisegruppe geschehen soll. Uiuiui, liebe Leute, was machen wir jetzt als erstes? Ich gehe mal hier zur Karte. Also wir sollten ja auf jeden Fall noch bei unserer Hexe hier vorbeischauen, wegen möglichen Upgrades. Und auch auf jeden Fall werden wir erstmal zu Eides Hof reisen. Das ist ganz wichtig, in den Süden gehen, denn der gute Eides, der hat ja noch eine Geschichte über diese Grabstätte zu erzählen und wir wollen uns das zumindest mal anhören, was dort vielleicht möglich ist. Wer ist denn hier am Kloppen? Torquell, was macht er denn da? Kämpft gegen ein Kind? Puh, was ist denn hier los? Übungskämpfe? Fragen wir doch mal nach. Ein Grüppchen junger Männer und Frauen von den umliegenden Bauernhöfen üben in Allwalds altem Übungsring. Okay, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Ihr Eifer ist wunderbar, doch ihre Technik lässt noch sehr zu wünschen übrig. Dein Gefolge könnte ihnen gewiss das ein oder andere beibringen. Hm, darf ich mitmachen? Der Krieg wird unterbrochen. Also die Kämpfe werden unterbrochen und alle Blicke sind auf dich gerichtet. Der Älteste, den du als Eides' jüngsten Sohn identifiziert, antwortet. Es wäre uns eine Ehre. Das jüngste der Kinder, ein Mädchen aus einer der entlegensten Gegenden deiner Skipreda, hüpft beinahe vor Aufregung. Das ist die gute Piatai. Oh ja, das Gefolge des Tane gegen den Rest von uns. Ach, jetzt dürfen wir kämpfen gegen sie. So, und hier sind durchaus einige gar nicht mal so ungefährliche, denke ich mir. Das sind aber alles ungeschulte Schützen und Kämpfer, aber trotzdem, die Menge, die macht es natürlich hier schon. Wir können jetzt uns in Position bringen. Tja, ich denke Gunnar. Was macht der Gunnar am besten? Der geht erstmal hier hinter die Steine und guckt, ob er gleich hier die Leute binden kann, vielleicht sogar. Oder er bleibt erstmal hier stehen und hat wenigstens halbe Deckung gegenüber den Schützen. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, dass er nachher hier runterpreschen kann. Wobei die anderen ja auch jetzt in die Richtung laufen, ne? Ich schicke ihn jetzt erstmal hier hin, mal gucken. Ist alles so ein bisschen Ausprobiererei am Anfang. Ja, der Bogenschütze. Mist, Asleif steht hier ganz ungünstig. Also wir müssen die Leute hier anders positionieren. Unser Bogenschütze, tja, soll erstmal hier hingehen, in Deckung. Und Asleif, der wird sich hier vor den Bogenschützen stellen, ebenfalls in Deckung. Ich denke, hier sollte Sigurd eigentlich ganz gut mit klarkommen. Nefja kann hier aus dem Hintergrund zuschlagen. Und die heilerin Roskva, die muss auf jeden Fall auch noch irgendwie geschützt bleiben. Ich glaube, die lassen wir hier so stehen, oder? Oder wir bringen Nefja... Ach, hier können wir gar nicht hin. Hier ist ein Blockfeld, ein geblocktes Feld. Ich glaube, Nefja schicken wir dann hier hin. Dass sie von hinten die Person hier, Beatei, flankieren kann. Okay, schauen wir mal, wie das funktioniert. Das ist ja nur ein Übungskampf hier. Okay. Aha, da wird jetzt auf unser Berserker eingehauen. Der ist leider benommen direkt. Und deren Berserker geht mit Sturmangriff hier mit 50 Schaden auf Nefja. So, das haben wir abgewehrt. Das ist gut. Jetzt kommt ein Schuss, der aber verfehlt hat und Nefja geplagt hat. Und ein Schuss aus weiterer Entfernung, der ebenfalls verfehlt hat. So, dann nochmal. Nefja muss hier Schaden einstecken bis zum Gehtnichtmehr. Und noch ein Schütze hier. Ein kleines Kind verfehlt ebenfalls. Alles gut. In Ordnung. So, Sigurd, was machen wir mit den Einheiten? Ich würde sagen, unsere Heilerin wird auf jeden Fall Nefja heilen. Achso, löst einen Gelegenheitsangriff aus, was? Ah, dann kriegt sie also einen Gelegenheitsangriff rein, bevor sie das machen kann. Na gut, aber egal. Sie hat wenigstens Nefja hier gerettet schon mal. Das darf sie also dreimal insgesamt machen. Staub. Die Gesichter, der sich auf den drei Hexfeldern vor dem Anwender befindet, verleiht den Effekt unter Drogeneinfluss. Geschicklichkeit und Wahrnehmung. Ja, warte mal. Äh, was? Vor dem Anwender. Das will ich aber nicht. Das würde ja unsere eigenen Leute auch treffen, ne? Ha, 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 ha. Immobilisierte Feinde. Können wir nicht mit ihm hier irgendwie immobilisieren? Ja. Ich glaube ja, ne? Versuchen wir das mal, dass wir das Lähmen aktivieren. Jawohl, hat funktioniert. Und jetzt können wir hier doppelten Schaden mit Sigurd anrichten. Eieiei, das hat auf jeden Fall schon mal gut gesessen. So, leider ist Gunnar benommen. Aber Neffia kann jetzt hier Torkel ausschalten. Das ist, glaube ich, einer der stärksten hier. Mit der Mistgabel. Ha, 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 ha. Außer Gefecht gesetzt. So, dann haben wir hier noch Aslalf übrig. Und Aslalf, der kann jetzt hier... Ungeschulte Kriegerin, ungeschulter Berserker. Der Berserker hat ja seinen Schaden schon gemacht. Der ist jetzt ja... Wie ich finde, nicht mehr der... Der allerproblematischste Charakter hier. Tatsächlich ist das kleine Kind hier, die Schurkin und die Kriegerin, unter anderem hier das größte Problem der Zeit. Würde ich sagen, gehen wir doch mal mit Aslalf hier dorthin. Flankieren das gute Kind. So, wir können jetzt hier die Leute beschützen. Aber nur benachbarte Einheiten, ne? Ja, aber egal. Wir können ja noch einen weitergehen. Dann sind die beiden schon mal beschützt hier vor Angriffen von dem Mädchen. Ups. Dann machen wir das mal. Aktiviert beschützen. Jetzt können wir zwar nicht mehr angreifen, aber haben immerhin diese Einheiten hier beschützt. So, sie ist jetzt wieder flankiert. Sehr gut. Damit ist Roskwa jetzt auch hier nicht in der allergrößten Bredouille. Wobei, ich könnte sie natürlich schon einmal hierhin zurückziehen. Was ist das hier unten eigentlich für eine Figur? Eine ungeschulte Kämpferin. Ziehe ich sie mal hierhin zurück. Perfekt. Gelegenheitsangriffe haben die hier eh nicht. Ja, und Gunnar kann auch nichts machen. Runde beenden. Ich glaube, was anderes bleibt uns nicht übrig, oder? Was können wir hier noch machen? Einen Streuschuss können wir einmal machen. Kann keine niedrige Deckung nutzen gegen diese Gegner hier. Das ist zwar nett, aber bringt mir ja nur eine Runde lang was, ne? So, hat sonst noch wer was übrig? Ja, Fallen entdecken. Aber ich denke, das ist jetzt erstmal nicht notwendig. Machen wir das mal, dass hier sich niemand verstecken kann mit dem Streuschuss. Dann ist seine Deckung schon mal weg. Er ist entdeckt und hat hier keine Möglichkeit mehr, sich zu schützen in der nächsten Runde. Gut, das war's. Runde beenden. Aha, diesmal hat unser Berserker der Betäubung widerstanden. Sehr gut. So, sie darf sich auch nicht hinter der Deckung verstecken. Perfekt. Kann aber Nefja wieder schlagen. Und die Schurkin zieht sich zurück. Der Berserker haut wieder Nefja. Die versuchen immer auf Nefja zu gehen. Sehr interessant. So, da oben die Deckung kann auch genutzt werden. Und er hat sich jetzt zurückgezogen. Gut. In Ordnung. So, ich würde sagen, als erstes ist hier der Kollege dran. Oder? Sollten wir ihn nochmal lähmen hier? Wartet mal. Dann ist der bewegungsunfähig gegen den Angriff von Sigurd wieder, ne? Das wäre natürlich richtig Premium. Naja, machen wir. Erstmal die Nahkämpfer ausschalten und dann können wir uns in Ruhe um die anderen kümmern. So, gelähmt. Das bedeutet, dass er jetzt hier flankiert werden kann. Oh, es gibt einen Unterbrechungsschutz. Oh, äh, Schuss meine ich. Eiei, kleiner Schaden, aber nicht allzu viel. Und jetzt gehen wir hier mit doppeltem Schaden auf Falger. Wow. Und haben ihn direkt außer Gefecht gesetzt. Das war super effektiv. Sehr gut. Der zweite liegt da nieder. So, hier gibt es einen Gelegenheitsangriff. Was ist das hier? Ableckungsschlag. Ein unblockbarer Angriff. Na gut, sie hat ja eh nichts zum Blocken. Von daher ist das ja kein Problem. Schildhaken. Dann kann er auch nicht blocken. Sturmangriff macht gerade auch keinen Sinn. Ich könnte natürlich einen Tritt machen. Aber ich glaube, dann kann ich nicht mehr angreifen. Oder wie war das? Habe ich jetzt ehrlich gesagt? Ja, ich glaube, das kostet uns hier unseren Angriffspunkt. Dann schlagen wir einfach auf sie ein. Oh, das Schild. Hä? Was für ein Schild. Sie hat doch gar kein Schild dabei. Wieso hat die kein Schild, aber kriegt hier oben ein Schild absorbiert? Hä? Bitte was? Das macht keinen Sinn. Okay, das macht wirklich keinen Sinn. Na gut. Nochmal Neffia heilen, bitte. Diesmal gibt es noch keinen Gelegenheitsangriff, weil niemand in der Nähe ist. Sehr gut. So. Neffia wurde geheilt. Ja, dann würde ich sagen, Neffia... ...drauf mit der Forke. Aua. So. Verzeihung. Da musste ich einmal kurz niesen. So. Gunnar kann auch nichts mehr machen. Wieder kann keiner was machen, außer Aslife. Ja, dann... Ach, Mist, dann kann er wieder nicht angreifen hier. Na gut, dann gehst du nachher unten und greifst diese Schurken an. Und teilst dort schon mal ein bisschen Schaden aus. Sehr gut. So. So, er hat hier... ...auch alles verbraucht. Er im Prinzip auch. Er steht hier zwar noch offen. Könnte sich jetzt in Schutz begeben. Ja, Neffia würde hier den Gelegenheitsangriff auslösen. Das wäre auch nicht sinnvoll. Ich stelle unsere Heilerin mal... ...hier hin. Ha! Völlig in den Schutz vor dem Bogen schützen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Gut, Runde beenden. Der Feind darf wieder ran. Ah, und er kriegt den Treffer auf Gunnar. Gut, der Treffer war jetzt auch nicht viel. Taktische Bewegung. Auf Wiedersehen. Sie zieht sich zurück und wird jetzt geheilt. Aber, ja, gut. Ihr Schild ist trotzdem nicht wiederhergestellt. Vielleicht macht sie das noch. Wie auch immer sie ohne Schildabbildung ein Schild haben kann. I have no idea. Gut, Gunnar hat jetzt schon ein bisschen was eingesteckt. Kommt hier wieder nicht weg. Ich würde sagen, dann nehmen wir jetzt mal die Finte hier. So, wie funktioniert das? Bewege dich auf die andere Seite des Ziels und sorge dafür, dass das Ziel seinen Gelegenheitsangriff verbraucht. Wenn ich hierhin klicke, oder wie läuft das? Ja. Aha, Finte. Gelegenheitsangriff wurde verbraucht. Sehr gut. Und jetzt kann er nämlich hier frei weg von dem Ziel. So. Dann probieren wir mal, dass wir sie betäuben. Und dann gehen wir mit ihm auf den Sturmangriff. Hier drauf. Leider geht das nicht anders. Ich kann jetzt nicht weiterlaufen, um mehr Schaden zu machen. Ach, na, vielleicht reicht das ja schon für Biathai. Sturmangriff. Jawohl. Die arme Kleine wird außer Gefecht gesetzt. Gunnar kennt keine Gnade. Selbst nicht mit Kindern. Na gut, okay. So, was haben wir denn jetzt noch? Sigurd ist noch da. Ich würde sagen, ich würde sagen, Sigurd sorgt erstmal für einen Flankierungsbonus hier. Oh, der wird nochmal unterbrochen. Aber wir können das Ganze ablenken. Sehr schön. Jetzt ist sie flankiert. Können wir hier... Ne, können wir ja nicht machen. Wir können uns wappnen. Das brauchen wir aber auch nicht. Was ich noch gar nicht gemacht habe, Türs Gunst für Schadensreduktion. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht, wisst ihr das? Zack. Auf Gerd einschlagen. Und bitte dann auch hier ausschalten mit einem Schuss vom Bogen. Kettil kann das hier problemlos abschließen. Ja, damit sind vier Gegner ausgeschaltet. Bleibt nicht mehr viel übrig. Was die Gegner hier noch tun können, ist dann wirklich nicht mehr viel. Ich würde sagen, Sigurd marschiert hier hin. Damit Nefja hier ein bisschen geschützt ist. Und geschützt wird. So, dann. Asleif, du bewegst dich auch hier hin. So, Nefja geht mal genau hier hinter. Perfekt. Und... Ja, mit Gunnar marschieren wir hier noch ein Stück nach vorne. So, der hat jetzt übrigens hier einen Modifikator. Blutdürstig, weil er hier so eine passive Fähigkeit hat. Das ist auch sehr schön. So, du bleibst, glaube ich, erstmal hier stehen, oder? Du hast hier ein Messer dabei. Giftattacke. Achso, ich könnte dem Ziel Giftschaden geben, damit die Einheit mit Giftschaden nachher hier rein kann. Vielleicht sollten wir das mal machen. Was ist das? Demoralisieren. Ah, ja, perfekt. Das ist das, was wir bei den anderen Kämpfen schon gesehen haben. Weiß nicht, ob die alle demoralisiert sind. Ja. Alle demoralisiert. Perfekt. Rote Bänden. Und da da drei Leute Fernkämpfer sind, können sie auch nicht viel machen. Sie repariert ihr nicht vorhandenes Schild. Sehr schön. Cool, dass das ein Grafik-Bug ist. Das hatte ich wirklich übersehen. So. Tach, du verfehlst. Warum? Weil du demoralisiert bist. Hehehe. So, nächster Angriff mit dem Bogen. Wieder verfehlt. Tja. Und jetzt können wir wieder erneut mit dem Sturmangriff hier maximalen Schaden durchführen. Und dann aber sicherheitshalber nicht auf die Schildträgerin, sondern auf die Bogenschützin sind. Agnars dort hier. Bamm! Also, Berserker sind schon ganz schön tough. Da ist die erste Bogenschützin aus dem Rückraum schon ausgeschaltet. Ähm. Ja, Kettil kann niemanden treffen. Doch. Grankel. Dann versuchen wir mal, Grankel hier abzuschießen mit Kettil. Jawoll! Bogenschütze gegen Bogenschütze. Hm. Wie wäre es hiermit? Ach, hiermit ist besser. So. Und Neffia stellt sich hier mal auf die gegenüberliegende Seite. Entweder kann Neffia jetzt hier den Kill abstauben. Oder vielleicht sogar Grankel. Aber ich denke, wir lassen... Äh, Roskva meine ich. Ja, Roskva kriegt es sogar schon hin. Perfekt. Perfekt. Und wir können sogar mit Neffia nochmal hier auf Svala angreifen. Das überlege ich mit Leich aber nochmal genauer. Kann ich hier eigentlich... Ja, ne, kann ich nicht. Dann läuft er sofort los. Ich wollte gerade zwei Dinger verketten. Zwei Movements, zwei Bewegungen. Aber das hat nicht geklappt. Gut, wissen wir, dass STRG schon mal nicht die richtige Tastenkombination dafür ist. Ähm, ja, ab Sigurd hier in den direkten Kontakt mit der Schwertkämpferin. Zuhauen können wir leider nicht mehr. Er hat seine Sachen auch verbraucht. Neffia hat noch ihren Schlag übrig. Ich fürchte, es wird wieder geblockt durch das Schild, das nicht sichtbar ist. Ja, tatsächlich. Gut, dann können wir jetzt die Runde beenden. Ein Bogenschütze noch und die Schildkämpferin. Das ist alles. Ne, das können wir schon mal ablocken. Immerhin, zwölf Schaden wieder auf Gunnar, aber das wird er wohl überleben. Der gute Gunnar. Kriegen wir sie ausgeschaltet? Möglicherweise. Schauen wir mal. Diesmal ein normaler Angriff. Von Gunnar. Dann probieren wir hier nochmal mit Neffia Ende zu machen. Jawohl, Svala wurde auch außer Gefecht gesetzt. Ja gut, jetzt ist es natürlich das Einfachste hier. Der arme Junge hat keine Chance. Wird zusätzlich nochmal flankiert. Und damit war es das für dich. Pieks. Tja, so ist das. Ohne Erfahrung, keine Chance gegen uns. Das ist auch mal ganz nett und ganz erbaulich, dass man hier so einen ganz einfachen Sieg abstauben kann. Aber das war natürlich jetzt keine Herausforderung, weil sie unausgebildet waren. Als der Kampf vorbei ist, stehen alle auf, die zu Boden gefallen waren. Du merkst, dass die Kinder viel aus ihren Niederlagen gelernt haben. Wir haben sogar Fertigkeitenpunkte bekommen. Schön. Eides Sohn nickt dir respektvoll zu. Ihre Söhne hatten immer schon gute Manieren. Ich danke für den Kampf, Sigurd. Wollen wir noch einmal kämpfen? Nee, ich glaube einmal reicht. Das muss eine Lektion sein, die reicht. Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Die Kinder steigen zurück in den Ring und üben weiter. Hier trainiert immer irgendjemand. Du kannst jederzeit herkommen, wenn du in sicherer Umgebung etwas Neues ausprobieren möchtest. Ah, cool. Das ist doch ganz nett. Kampfbereitschaft abgeschlossen. Ah, haben wir einen Übungskampf durchgeführt. Sehr schön. Ja, das musste jetzt auch mal sein. Haben wir hier einen Übungskampf abgeschlossen. Und ich sehe schon eine wirklich wieder sehr, sehr lange Folge. Es ist in dieser Staffel noch nicht allzu viel passiert. Seht es mir bitte nach. Es gibt viel zu tun, jetzt gerade zu Anfang hier. Und das nächste, was wir machen werden, ist auf jeden Fall hier mit Eides über dieses Grabmal aus ihren alten Erzählungen zu sprechen. Und dann auch den Bau des Langschiffs vorzubereiten, nach den Gästen zu schauen. Ach ja, es gibt so viel zu tun, aber das dann in der nächsten Staffel. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tastnauer sagt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Musik